Hallo Leute, hier ist der Racer und erstmal kurz eine Einleitung, Andi ist auf die Idee gekommen, wir könnten schlechte Rennen erstellen und sie dann gegenseitig fahren, ohne dass wir wissen, wie sie sind. Und ja, das wird jeden Freitag jetzt kommen, das erste Mal hier einmal von mir und eins von Andi und dann von jetzt ab dann immer abwechselnd einen Freitag eins von mir, dann eins von Andi, jedenfalls ist das meine Planung. Also, zu dem jetzt muss man gleich mal sagen, die Aufnahme hat die ersten vier Minuten verkackt, aber wir fahren jetzt das hier nochmal, einfach, dass ihr seht, wie mein Rennen, also meins hat verkackt, die ersten vier Minuten und nicht Andis, nur dass ihr seht, wie das Rennen eigentlich wäre. Ja, es war eigentlich ultra witzig, aber ja, ist es trotzdem richtig scheiße noch, ihr seht es ja hier gleich mal die Wand, Andi sagt übrigens mal selber, das musst du ja auch begrüßen. Ja, du lässt mich ja nicht ausreden, oder du darfst irgendwas reden. Ja, du, tu mal ein bisschen was. Gut. Was soll ich sagen? Ja gut, redest du wieder. Du kannst dich ja hier drüber aufregen. Ich habe jetzt schon mal den ersten Überschlag. Jetzt fahre ich jetzt zum zweiten Mal. Es ist noch schlimmer als beim ersten Mal. Das Dach. Das Dach ist so scheiße. Wenigstens will man beide drüber kommen. Hier kriegst du so eine Stelle, wo man, wenn man zu lahm ist, reinfällt und nicht mehr rauskommt. Gut, warte. Ja, falls ihr das Rennen selber zocken wollt, könnt ihr ja suchen, wo färschen du hin? Ich wollte nur schauen, wo du da überhaupt durchfährst, ob ich da im richtigen Loch durchfahre. Und? Bist du dann richtig gefahren? Na, ich bin woanders durchgefahren. Ja, weil sie selber zocken wollt, müsst ihr einfach nach YouTube Crabs suchen. Da YouTube Crabs 1 ist dann meins. Ich werde die alle wahrscheinlich so nennen. So, jetzt noch hier das. Ich weiß nicht, ob Andi es die ist. Oh, der Schatz ist es schon wieder. Du versagst die Stelle schon wieder. Nein! Ich hab den Checkpoint. Oh, ich hab den Checkpoint noch erwischt. Alter, der ist noch ganz. Alter, ich bin hoch und explodiert. Warte mal, ich schaue noch, ob du es schaffst. Ja, da kommt der Cool. Ja, ich fliege zu weit. Ich fliege zu weit. Echt jetzt? Ja, ab hier haben wir ja die andere Aufnahme dann. Wobei, wir können jetzt sogar fertig fahren. Schauen, wie es läuft. Mach mal einfach. Nehme ich dann das Beste von beiden. Ja, ist einfach ein Scheißrennen. Hier ein bisschen umzunerven. Ein bisschen Slalom um die Häuser. Ich glaub, der Checkpoint ist scheiße gesetzt, der da unten. Geht der nach, Alter. Da musst du erstmal ganz außen rumfahren. Ne, es war geplant, dass du hier umdrehst. Ach schon. So war das geplant. Gut. Ich glaub, das Tor auf der anderen Seite ist übrigens offen. Ja, das kann gut sein. Weil vorhin war es offen. Es war geplant, dass es Tor eigentlich zu ist. Ah, schöner Flug, Andy. Oh, Gott, das will. Ja, Fraps gerade abgekackt. Ich hab jetzt wahrscheinlich gerade einen harten Schnitt drin gehabt. Weil Skype ist abgekackt, Fraps ist abgekackt und dann war alles weg. Ja, ihr wisst schon, dass ihr hier diesen Superjump machen müsst. In den Park, ins Parkhaus. Andi, äh, 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 in den Flughafen. Bist du da schon durch? Ja, geil! Andi, hast du den schon gemacht? Selbstmord begangen. Du musst dir anschauen, wie? Du musst dir anschauen. Nein! So, jetzt sind die anderen schon im Superjump drin gewesen. Ne, oder? Äh, doch. Ja, klar. Ne, einer sicher nicht. Ich bin auf jeden Fall 33 Sekunden vorne. Andi, warte mal noch ein bisschen. Ich werde noch sehen, was du vom Ende hältst. Ja, mein Tod war super. Oh man, ich darf den ganzen Scheiß aufholen. Das Tor war übrigens offen. Wo ist denn da hin? Oh man, wieso stürzt in dem Moment mein Skype und Fraps ab? Ultra behindert. Aber geht schon. Wir haben ja noch ein zweites Rennen von Andi, das dann alles wieder rausholen darf. Und letzter war dich eh nicht. Dafür kenne ich das Rennen zu gut. Andi, wo bist denn du? Wie weit bist du? Ey, ich bin mir gerade in dem Kanal im Wasser aufgebaut. Nein, oder? Guck dir das in der Wiederholung an. Mein Auto ist kaputt in dem Wasser im Kanal. Andi, guck dir den Scheiß in der Wiederholung an. Guck's dir einfach an, Andi. Mann, was ist denn das? Soll ich mir jetzt in der Wiederholung herzaubern? Doch nicht jetzt. Bin der auf, David. Das ist, was du gerade sehen willst. Ich fahr auf der rechten Spur gegen den Verkehr. Der Laster biegt nach links in mich rein ab und gibt weiter Gas, bis er auf mir steht und hängen bleibt. Ey, jetzt wäre am erstens das für ein Kack-Rennen. Ja, so ist es ja gedacht. Es wäre noch besser gewesen, wenn jetzt nicht abgestürzt wäre, aber das Rennen ist trotzdem scheiße. Bist du eigentlich schon bei der Tanke gewesen? Ja, da bin ich gerade. Alter, bei mir lagts halt ultra rum, weil mein Bruder gerade noch irgendwas zockt. Ich weiß gar nicht, was der zockt. Ich werde ein bisschen vorne. Es sind ja nur noch 18 Sekunden. Ja, läuft eigentlich nicht. Hä? Die Anzeige stimmt nicht. Bei mir bin ich 31 Sekunden. Minus heißt, ich bin vorne. Oder ist er vorne? Hä? Die Anzeige hat gerade 0 gepasst. Hä? Wo komme ich denn da hoch? Was zur Hölle? Ich bin bei der nächsten guten Stelle. Ah, da muss ich auch in dem kleinen Gang da schwulen. Ja, da hole ich ein bisschen Zeit wahrscheinlich raus. Alter, ey! Das musst du anschauen! Das war ja gerade saugeil. Wie der eine... Ich weiß nicht, wer den Grünen fährt. Warte mal. Der Mich... Ey, Hans-Michel. So hart, ey! Oder Michael, keine Ahnung. Weiß gar nicht. Michael. Hans-Michel. Der heißt Hans-Michel. Michael. Er hat Michelle gelesen. Nein, das ist Hans-Michel. Okay. Der ist einfach voll frontal gegen mich gefahren. Hans-Michel. Hans-Michel. Nennen wir ihn ab sofort. Nicht wahr. Ich glaube, der Boss hat es gleich geschafft. Das war nur dann auch geil. Das hier durchfahren ist natürlich sehr wichtig. Sehr wichtig. Wo musst du durchfahren? Ja, doch so einen kleinen Kackgang. Durch den Kackgang. Warte noch vorm Ziel ein bisschen. Ich will nur schauen, wie sich die machen da noch. Alter, einfach nur nice. Warum bin ich eigentlich so ein Boss? Warum ist mein Laptop einfach so ein Spasti? Oh, der hat mein Skype. Soweit bist du doch gerne mal vorne. Es sind ja nur noch 24 Sekunden. Kannst du auch noch durch die Villa fahren. Oh, geil, geil. Diese Barrieren hier. Oh, geil. Geil. Du bleibst schon wieder überall hängen. Oh, fick dich. Den einen habe ich schon fast wieder eingeholt. Ja, geil. Mein Auto kommt in den Randstein nicht hoch, weil es zu flach ist. Was für eins hast du genau? Oh, fuck. Ich bin selber zu weinen. Der Rest muss ähre. Ich bin jetzt so. Alter, ey, Andi. Diese Stelle schon wieder. Ey, danke. Der hat mich richtig hingedreht. Ich weiß mal gar nicht, ob das der Bugatti schaffen kann. Nein, er blockt nicht. Andi, der Typ muss zurückfahren, so wie er mich blockt. Oh, scheiße, nein. Die letzte schaffe ich gar nicht. Oh, danke, ey. Der Typ hat mich gerade heftig gerettet. Oh, Mann. Diese grünen Teile da. Hat gewusst, dass die mich an kotzen werden. Alter, ey. Wo bist denn du? Ey, ich bin schon immer so weit vorne, weil die grünen Teile dich noch ein bisschen gebremst haben. Ne, aber das gewinnt schon. 20 Sekunden ist ja gar nichts mehr. Ja, das Problem war einfach, dass bei mir auf einer Abkackt ist und ich ewig auf dem Dach rumgestanden bin, ohne was zu fahren. Eigentlich schade. Aber ich bin am vorletzten Checkpoint. Das Tor wieder. Das ist aber offen. Das zweite? Ja. Ey, ich bin das erste gar nicht durchgefahren. Ich bin gleich außen rumgefahren. Echt jetzt? Ja. Das zweite ist offen? Hä, willst du mich eigentlich verarschen? Wie komme ich denn da hin? Oder wenn ich das noch gewinne? Aha. Was? Bin auch fertig. Mal schauen, was die dazu dann geben. Daumen hoch, Daumen runter oder so. Boah, 11.000. Nice. Alter, ey. Andi, hostest du jetzt dann deins? Ja. Hat neun Minuten gedauert, das scheiß Rennen. Ich krieg 7.000. Ja, Andi mit seinem Hitler hier. Das ist kein Hitler. So sieht er aber aus. Aber wir werden nichts nachweisen. Die beide mit ihrem Anna. Oder Anna. Beendet. Das war ja so scheiße. Andi, jetzt machst du deins. Ja. Ja, übertoppen kann ich das scheiß Rennen nicht. Echt jetzt? Nein. Du hast doch gedacht, deins ist auch ziemlich scheiße. Das sieh ich ja dann. Dein Typ gefällt nicht. Er kann so... Alter. Das ist einfach bestes gewesen bis jetzt. Ich hab ja schon viele Scheißränder statt, die ich nicht aufgenommen hab, aber... Ah, das war jetzt die Höhe. Das sieht ziemlich ultrabehindert aus, wenn man überall am Arsch der Welt, wo keine Straße ist, fährt. Oh ey, wie kommt sowas? Nehm jetzt. Ich nehm wieder ein Entity einfach. Der ist am besten für sowas da oben. Plus, Standchen, Standchen, Plus... Nein, also ich hab's Komma vergessen. Warte. Komma, Plus, Standchen, Standchen, Plus, Komma, Plus, Standchen, Standchen, Plus, Punkt, Null, Ein... Äh, Leerstelle 1. Wer Bock hat, das Rennen zu fahren, das ist der Name. Meins heißt ja YouTube Crap 1. Und so wird's eigentlich von der Benennung weitergehen. Nächste Woche ist ja dann wieder eins von mir dran und danach wieder eins von Andi. Ah, schau, ein Entity genommen. Ja. Beim Tourismar schafft man das Rennen nicht. Zu viele Ransch... Gut! 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 Was für ne Bank! Das ist nicht dein Ernst! Ja, das ist mein Ernst. Wo muss ich denn hin? Ich bin wenigstens... Nein, ey! Ah! Pfff! Geh weg! Muss ich wirklich da... Ja, jetzt weiß ich, wieso man's nicht schafft mit dem Tourismar! Pfff! Ach, du darfst vorausfahren. Ja, ich darf vorausfahren. Wo muss ich denn hin? Muss ich da hoch oder runter? Muss ich hoch? Muss ich hoch? Nö, musst du nicht. Ist nicht dein Ernst! Doch! Ja, das war jetzt aber kein Problem. Na, lach ich halt wieder vor dir. Ja, wo muss ich jetzt hin? Dahinter, zu dem Checkpoint. Das war ja nicht so schwer. Komm einfach gegen die Richtung an. Alter, ey! Was ist denn das für eine Scheiße hier? Geht das eigentlich noch so weiter? Nee, das war, glaub ich, der einzige Bausteinabschnitt. Ja, das war nicht gemeint. Es war gemeint, ob's weiterhin so behinderte Strecke ist. Achso, ja klar. Sicherlich. Wo muss ich hinfliegen? Ah, gut! So kann man's auch machen. Ach du Spast, Mann, ich wollte, dass du da reinfährst. Das ist nämlich eine Falle, da kommt man nicht mehr raus. Echt jetzt wo? Ja, wenn du da über die Schanze gefahren wärst. Dann warst du da hinten drin. Ich schaust dir gerade an. Warte, dann schau mal, ob die zwei das schaffen. Ah, stimmt, warten wir auf die. Sind nur beide da? Ja, aber irgendwie glauben. Ich glaub, dich haben das nicht die Stehen an einer Stelle. Hey, einer fährt weiter. Was soll ich denn machen? Egal, fang mal weiter. Ja, auf die kann man jetzt schlecht warten, hier. Ja, fahr zu. Kann's sein, dass die die scheiß Treppe nicht hochkommen sind mit ihrem... Fahr zu. Mit dem Adder. Keine Ahnung. Wo muss ich hin? Ich geh in die Wand, oder? Äh, ah, okay. Dein Ernst! Dein Ernst! Die Scheiße geht halt hoch. Wir haben noch nie gesehen, dass der Tank hochgeht. Alter, was ist das für ein Kack? Ihr habt den Tank noch nie hochgehen sehen. Ich auch nicht. Alter, warte, sie sind da. Jetzt bin ich gespannt, wie sie hinschanzen. Tja, ja, ja. Deine ist, glaub, reingefahren. Glaub ich auch. Jetzt sind beide reingefahren und kommen nicht mehr raus. Warte, wo muss ich denn hin? Muss ich da... Dein Ernst? Ich muss diese Schanze nehmen. Alter, ey. Nee, oder? Ja, geht doch. Nein! Das ist so scheiße. Kann ich denn checken? Nee, ich darf nicht respawn lassen auf der nächsten Kackstelle. Muss man da Anlauf haben, oder geht das von da oben? Das geht von da oben, schon. Alter, ey, wie das Auto halt da rumglitscht. Sag mir bitte nicht, dass ich... Wie soll ich da rüberkommen? Okay, so. Ähm, mein Rennen kann man gar nicht zu Ende fahren, weil man diesen Checkpoint da oben nicht bekommt. Wie zum Teufel? In der Testfahrt habe ich den bekommen, als ich unten durchgefahren bin. Echt jetzt? Ja! Nicht dein Ernst? Doch, mein Ernst. Dein Ernst! Ja! Wie komm... Ach komm, was ist das für die Scheiße? Muss man da... Vielleicht kann man aus dem Parkhaus runterfahren. Warte mal. Ha, geht das? Schau mal, ob man da irgendwie hoch kann. Alter, das ist nicht dein Ernst. Ja, Alter, nee, was dafür, wenn du in der Testfahrt ist, um zu mir. Ah, da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch. Ich sage, wie weit geht's da hoch? Ah, bis zum Aufzug, geil. Andi. Ja. Ah, über das hier kann man hoch. Bist du drin? Nee. Lol, wo mein Auto hängt. Das habe ich noch nie geschürzt. Andi, das ist so ziemlich... Das behindert es, das ich je gesehen habe, weil man es nicht fertig fahren kann. Ja, kann ich da nichts dafür. Ja, es ist bloß einfach zu geil. Das erste Rennen, das man nicht fertig fahren kann, das ich selber gesehen habe. Äh, guck dir die Wiederholung an, wo mein Auto war. Aber ich glaube, ich kann's beenden. Andi, ich glaube, ich kann's echt beenden. Nein, oder? Ich bin nicht wirklich wieder auf dem... Alter, f*** dich! Wie zum Teil soll's gehen? Was ja trotzdem... Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll, Mann. Ah, ich hab den Checkpoint. Hä, wie hast du gekriegt? Oh, ne Ahnung. Bist du unten durchgefahren? Ja, ich bin gegen die Wand gefahren, dass mein Auto so ein bisschen quer steht. Dann habe ich's erreicht. Ah, ich hab auch... Man muss da hochschanzen über diese... Äh, über den... Wie heißt's? Über den Scheiß da. Über die Bank. Über die Bank, ja. Eigentlich könnte man denen zuschauen, wie die das machen. Nee. Warte mal, ich muss von hier oben da runter schochen. Mieses Versuch, wir uns nicht schaffen. Andi, fahr nicht zu weit vor, sonst ist er langweilig. Sonst seh ich ja nichts. Alter, war das grad'n unzerstörbares Schild da rechts? Jep. Gut, dass ich nicht dagegen gefahren bin. Der einen hat's geschafft. Hä, wo muss ich hin? Muss ich da runter? Jep. Muss ich hin hin? Ah, okay, jetzt ist noch mal... Jetzt ist noch mal! Gut. Fast. Nein! 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 Oh! Wie der sagt, dass ich oben bleiben muss. Ja. Ist gut. Gut. Dass ich hier hinfalle. Anbau. So. Ich dachte, hab ich ja hier die Rampänge gebaut. Ich weiß, ich hab's schon gesehen. Kann man's auch schaffen. Hängt der eine immer noch bei der Scheiße? Ja, tut er. Ja, der eine hängt immer noch bei der Scheiße. Diesmal ist der andere letzter. Und zwar abartig weit. Nein! 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 Wie war's beim wieder rauskommen? Ich hab mich einfach respawnt. Beim Hochkommen, beim Hochfahren hab ich's gesehen. Ach du Scheiße. Und bin dann aber nicht mehr... Ja, hab nicht mehr ausweichen können. Nichts mehr. Ah ne, das wird so ein ultralanges Video. Äh, ja, wie kommt man da runter? Hä? Hey, stopp. Nein, nein, ich habe gedacht, ich kann gewinnen. Du bleibst dann an dem Scheiß hängen. Warte mal, ich warte noch auf den einen. Der andere ist gequittet, oder? Nee, der ist schon noch da. Denken wir noch an den Scheiß. Alter, Andy, die Bus... Der eine ist schon da, wo man jetzt über die Straße drüber fährt. Ah, okay. Äh, der Scheiß ist nicht dein Ernst. Ich schau mal, was der Typ macht. Alter, ey. So ein Kacke-Rennen. Du hast auch Minuten gebraucht. Meins war ähnlich lang, weil er abgekackt ist. Alter, Leute. Wer Bock auf die Rennen hat, entweder nach YouTube-Crab suchen. Hier wieder der schöne Hitler. Ja, ähm. Entweder nach YouTube-Crab suchen, was meins ist. Oder nach Komma-Plus-Standchen-Standchen-Plus-Komma-Plus-Standchen-Standchen-Plus-Punkt. Leerstelle eins. Die Namen einfach... Beide haben nicht beendet. Ja, okay. Soll's für den ersten Teil gewesen sein. Der ist jetzt doppelt so lang gewesen. Einfach, weil's der erste war, hatten wir Bock drauf, doppelt so lang zu machen. Von beiden halt ein Rennen. Bei mir leider eine Aufnahmepanne, aber kann passieren. Läuft halt nicht immer alles ganz rund. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, aber es gibt einen Gefate, obwohl das nicht beendet hat. Der andere gibt wieder... Was gibt der? Warte. Ja, ich glaub, der gibt gar nix mehr. Ich glaub, der hat's aufgegeben. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr auch ein Gefate wieder da lassen. Wiederholung. Wer will das wiederholen? Ja, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Und hoffentlich, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Servus, Leute. Servus. Servus.